Fan anstürmt vor Justin Bibers Hotel im kanadischen Toronto. Der Star kam für zwei Konzerte in die Stadt. Doch statt sich über den Andrang seiner Anhänger zu freuen, bespuckte der 19-Jährige seine wartenden Fans vom Hotel Balkon. Zuvor hatten Biber und ein Freund noch Fotos von der Menge gemacht. Einversehen war das wohl nicht nicht das erste Mal, dass der kanadische Superstar mit flegelhaftem Benehmen auffällt. Erst kürzlich tauchte ein Video auf, das Biber beim Verlassen eines New Yorker Restaurants zeigt. Bei seinem Weg über die Hintertreppe urinierte er in einen dort abgestellten Putzeimer. Wenig später bespritzte er mit einer Sprühflasche, vermutlich Reinigungsmittel, ein Foto von Bill Clinton. Für seinen Brutalausfall entschuldigte er sich zwar unlängst bei dem Ex-Präsidenten der USA, wirklicher Reu war es aber wohl nicht, wie nun die Spuckbilder zeigen, Bibers Großmutter, Diana Dahle, verteidigte das Verhalten ihres Enkels unlängst in einem Interview mit dem kanadischen Fernsehsender, CTV Ottawa, die Kinder von jedem anderen machen die gleichen Dinge, aber niemand sagt etwas.